Hallo and welcome back to another episode of Schoolman's Classroom. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Heute eine Englischfolge für die dritte, vierte Klasse und es wird auch gar keine lange Folge, aber dafür eine, ja glaube ich, ganz, ganz brauchbare, intensive Folge. Denn ich habe mich mal beschäftigt mit dem Thema, die häufigsten Anfängerfehler, die mir so aufgefallen sind in Klasse 3 und 4. Das heißt, die immer wieder kommen bei verschiedenen Schülern und die spreche ich heute einmal an und wenn du diese beherzigst, vielleicht hast du auch gar keine Probleme damit, aber vielleicht hilft dir doch der ein oder andere Hinweis. Und dann denke ich, dass deine Englischleistung zack, definitiv sehr viel besser sein wird. Okay, und dann gehen wir mal direkt rein. Ich werde einmal ganz kurz, ich habe so die Top 10 zusammengestellt sozusagen. Das, was mir so in meinem Unterricht aufgefallen ist. Ich gehe es ganz kurz einmal durch. Vielleicht kommt dir was bekannt vor. Vielleicht sagst du, wie kann man es falsch machen, umso besser. Aber natürlich, Fehler sind menschlich und überhaupt, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Aus Fehlern lernen wir ja schließlich. Aber natürlich finde ich das schon gut, wenn du denkst, ja Mensch, ich habe damit keine Probleme, aber vielleicht das ein oder andere hilft dir dann doch. Im Anschluss machen wir eine ganz, ganz kurze Übung. Fünf Sätze, diesmal nur, also wirklich eine kurz angelegte Übung. Aber es geht hier ganz gezielt um das Beseitigen von Fehlern. So, der erste Fehler und zwar, das was mir aufgefallen ist, ich nenne das hier, ich mache so ein bisschen hier die Notizen, ist die Kleinschreibung. Das heißt, im Englischen wird in der Regel alles klein geschrieben. Nicht klein geschrieben wären natürlich Satzanfänge und Eigennamen. Dann gibt es noch so ein paar Ausnahmen. Aber in der Regel wird alles klein geschrieben. Und das heißt dann, die Nomen, sowas wie Boke, klein geschrieben. Und zwar auch, wenn du es beschriftest. Wenn du Sachen beschriften musst bei den Aufgaben, da hast du keine Sätze, es kann gar kein Satzanfang sein. Und deswegen hier drauf achten, Kleinschreibung. Das ist so der erste Klassiker. So, der zweite ist dann tatsächlich die große, große Ausnahme. Das I, ich, wird im Englischen immer groß geschrieben. Immer. Mitten im Satzanfang. Das gibt es als kleines I überhaupt nicht. Das ist die große, große Ausnahme. Und das kannst du direkt mitnehmen. Also, das ist immer, immer groß geschrieben. So. Die Nummer drei ist das mit dem Apostroph. Da haben wir so Wörter wie Don't. Da haben wir so Wörter wie Isn't. Da haben wir so Wörter wie Mike's, wenn das dann den Besitz anzeigt hier. So. Und ganz wichtig, ich hole mir den roten Stift, um das wirklich für dich ganz deutlich zu machen, ist, dass hier die Lücke bleibt. Das darf hier nicht verbunden werden. Sonst sind es Fehler. Da kann man auch nicht sagen, naja, ich bin jetzt halt ein bisschen faul. Ist ja nicht so schlimm. Nein, das sind Fehler. Das musst du wirklich auseinander schreiben. So. Die Nummer vier ist das nicht sehr beliebte, aber trotzdem wichtige Wort Homework. Und das heißt Hausaufgabe oder auch Hausaufgaben. Das heißt, es gibt das Homeworks. Dieses Wort gibt es nicht. Ich schreibe das hier einmal auf und dann streichen wir das gleich gemeinsam durch. Also Hausaufgabe, Hausaufgaben ist immer Homework. Und das ist natürlich ein Wort, was du, denke ich, nicht so ganz selten benutzt. Denn wenn du eine Hausaufgabe zu Hause anfertigst und die Überschrift ist nicht so ganz klar, dann schreibst du unten über Homework. Und wenn das dann mehrere Sachen sind, dann darfst du hier kein S dranhängen. Das ist hier die Nummer vier. Die Nummer fünf. Das ist so ein bisschen, ja, was typisches im Englischen. Und zwar Apple. Und da haben wir hier die Endung L-E. Das haben wir auch bei Little zum Beispiel. Da sehe ich oft Apple, weil wir das als deutsche Endung kennen, das E-L. Das sind absolut verständliche Fehler. Also irgendwas hat man sich ja schon dabei gedacht. Es ist ja nicht, dass man das irgendwie mit Absicht da einen Fehler kreiert. Deswegen merken im Englischen die Endung L-E bei Apple. Das ist so eine der ersten Wörter, die wir lernen. Da hat man das gleich als super Beispiel. Die Nummer sechs. Die Nummer sechs. Und das ist auch was, was groß geschrieben wird. Und da haben wir eine Ausnahme, nämlich Nationalitäten und Länder. German und Germany. Und das ist dann so ein bisschen, was ganz anderes dann bedeutet. I speak German. Ich kann nicht sagen, I speak Germany. And I come from Germany. Also, Deutsch und Deutschland. Hier das Y bei Deutschland mache ich hier nochmal deutlich. Das sind einfach so Sachen, die man ja vermeiden sollte tatsächlich. So, die Nummer sieben. Und das sind Wörter. Das ist jetzt eine Sache der Aussprache tatsächlich. Wörter mit K und N. Wie zum Beispiel in Knee. Das Knie. Das kennen wir bei den Körperteilen. Das kommt relativ schnell dran. Und da wird das K nicht gesprochen. Ebenfalls eine wichtige Vokabel ist Messer. Knife. Knife. Wenn das Thema Food, wenn das Thema Essen aufkommt, dann hast du Spoon und Fork und Knife und Plate. Knife. Auch hier wird das K nicht gesprochen. Dann hätten wir noch das Wort. Knife. Das ist der Ritter. Und da ist das ebenfalls. Also, bei den Wörtern mit KN. Ich unterstreiche mal hier das N. Denn das wird gesprochen und das K wird nicht gesprochen. Wir kommen zur Nummer 8. Und das ist so eine Grammatikgeschichte, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. His. Sein oder seine. Und her. Ihr. Oder auch ihre. Also, sein ist männlich. His. Junge. Männlich. His. Cappy. Her. Skirt. His and her. Und das müssen wir einfach so ein bisschen lernen. Da kannst du auch nichts ableiten. Und das sind ganz wichtige Wörter, die du ganz viel brauchst. Und die Nummer 9 ist dieses hier. Auch ein Aussprachefehler. So. My name. Es geht um dieses my. Und das. Ich schreibe das hier nochmal auf. Also my. In der Lautschrift haben wir hier ein i. My. My book. My name. Und da höre ich ganz viel ein mi. Und das ist falsch. My wird anders geschrieben. Das heißt dann sowas wie mir. Bedeutet auch was anderes. Und du lernst ja im Englischen. Also die meisten zumindest. Die kommen ja schon so mit ein bisschen Wissen an. Die können schon sagen. My name is Lucy. Zum Beispiel. Und deswegen ist dieser Fehler für mich ganz komisch. Da scheint so viel zu viel nachzudenken. Und du rufst gar nicht ab, was du eigentlich schon unterbewusst weißt. Ganz genau. Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Mit dem my. So. Und die Nummer 10. Das ist auch tatsächlich was, was ganz, ganz häufig vorkommt. Und wenn du dort an den falschen Lehrer gerätst. Bei mir ist das der Fall. Dann sind das Fehler. Nämlich die Satzschlusszeichen. Es gibt als Satzschlusszeichen den Punkt, das Ausrufezeichen und das Fragezeichen. Und die gehören zum Satz dazu. Und wenn die nicht schon vorgefertigt sind und schon dort stehen in der Übung. Dann musst du die auch mit einsetzen. Sonst ist der Satz nicht vollständig. Okay. So. Und das sind für mich so die Sachen, die so am häufigsten vorkommen. Wenn du das beherzigst, dann denke ich, ist das für dich schon mal ein kleiner Boom-up. Ist das schon mal eine ganz schöne Verbesserung. Also. Wir gehen gleich in eine ganz kurze Übung. Fünf Sätze. Drei diktiere ich dir. Zwei möchte ich, dass du mir die übersetzt. Und da kommt natürlich das hier drinnen vor. Ich lasse das hier auch stehen. Und wir gehen es nochmal einmal ganz kurz durch. Also. Kleinschreibung. Im Englischen wird alles klein geschrieben. Satzanfang wird groß geschrieben. Eigennamen werden groß geschrieben. Und es gibt so ein paar Ausnahmen. Die Monate, die Tage. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Aber in der Regel Book, School, Bike. Alles klein geschrieben. So. Dann das I. Das wird immer groß geschrieben. Immer, immer, immer. Satzanfang mitten im Satz. Satzende vollkommen egal. Dann das Apostroph. Und das T steht alleine. Bei don't. Bei isn't. Bei aren't. Oder auch hier Apostroph. Und das S muss alleine stehen. Dann haben wir das Wort Homework. Homeworks gibt es nicht. Dann haben wir die Endung bei Apple LE. German und Germany. Zwei ganz unterschiedliche Sachen. Dann Wörter mit KN. Knee, Knife und Neid. Das ist eine Aufsprachgeschichte. Head and shoulders. Knees and toes. Du sagst ja auch nicht Knees and toes. Und dann Knees and toes. Da so ein bisschen. Das ist schwierig. Das war alles. So ein bisschen so ein Sprachgefühl zu entwickeln. Aber das wird alles kommen. Ich weise trotzdem schon mal drauf hin. So. His und her. His ist sein. Her ist ihr. His. Trousels. Her. Skirt. Zum Beispiel. Genau. Dann haben wir das My. Auch so eine Aussprachgeschichte. My name. My book. My homework. Das wird dann oft anders ausgesprochen. Also My hier. So wird es ausgesprochen. Das Y. Und dann bitte die Satzschlusszeichen nicht vergessen. Das sind so ärgerliche Fehler. Und wenn man dann vielleicht. Weiß ich nicht. Zwei plus. Und dann kriegst du da einen Fehler. Einen halben Fehler. Oder einen Fehler. Einen Punkt abgezogen. Das ist ganz ganz ärgerlich. Und ich denke das. Muss einfach nochmal drauf hingewiesen werden. Und dann weiß man. Na ja. Okay. Punkt nicht vergessen. Ist auch so ein bisschen eine Angewohnheit. Oder halt eine schlechte Angewohnheit. Wenn man das. Ein bisschen zu schludrig angeht. Okay. So. Jetzt kommen wir in die Übung. Jetzt kommen wir in die Übung. Und ich bitte dich einfach mal. Fünf. Die Zahlen von eins bis fünf. Und ich mache das. Hier. Und dann können wir schon in den ersten Satz gehen. Den ich dir. Diktiere. Und zwar. Und zwar. Ja. Ich warte ganz kurz. Bis du deinen Füller am Start hast. Und dann kann es losgehen. First sentence. I don't like my homework. Full stop. Das ist der Punkt im Englischen. I don't like my homework. Bitte einfach mal auf Englisch aufschreiben. So wie ich es dir diktiere. I don't like my homework. Full stop. So. Das I immer groß. Hier ist auch noch ein Satzanfang. So. Bei don't aufpassen. Dass das nach dem Apostrophen hier das T alleine steht. I don't like my homework. Und dann haben wir hier homework. Und dieses Wort gibt es immer nur in der Eins. Also sieht es zumindest aus. Das bedeutet also beides. Homeworks gibt es nicht. I don't like my homework. Okay. Number two. Number two. The apples aren't from Germany. Full stop. The apples aren't from Germany. Full stop. The apples aren't from Germany. Full stop. The apples. Satzanfang groß. Ansonsten schreiben wir so ziemlich alles klein. Also in der Regel klein. Apples. Und da haben wir hier die Endung. Erst das L, dann das E. Apples aren't. Apostroph alleine. Das T alleine. The apples aren't from. Aus Deutschland. Nationalitäten, Länder, Sprachen, groß geschrieben. Germany. Das Y nicht vergessen. Weil the apples aren't from Germany. Macht keinen Sinn hier. The apples aren't from Germany. Okay. Very good. Und natürlich. Angewöhn. Ich hoffe, dass das bei dir schon der Fall ist. Das Satzschlusszeichen nicht zu vergessen. Okay. Number three. Number three. His knife is black. His knife is black. Full stop. His knife is black. Sein Messer ist schwarz. His knife is black. Satzanfang groß. His sein. Ist jetzt hier männlich. Nicht hör, sondern his knife. Und das K hören wir nicht. His knife is black. Full stop. Und das müssen wir dann einfach lernen, die Götter mit KN, weil wir das nicht hören. Und dann müssen wir einfach wissen, auch üben. Es kommt alles mit der Übung, dass das K hier stumm bleibt. Okay. Number four. Number four. Und jetzt möchte ich, dass du mir das ins Englische übersetzt. Und da kommt der vierte Satz. Ich mag meinen Apfel nicht. Ich mag meinen Apfel nicht. Kleiner Tipp von mir. Guck dir mal den ersten Satz da oben an. Dann kriegst du den Satz auch ein bisschen in den Griff. Ich mag meinen Apfel nicht. Ich mag meinen Apfel nicht. Ich warte noch kurz. Ich mag meinen Apfel nicht. So. Ich mag nicht ist I don't like. Das ist hier die feststehende Konstruktion. I don't like. I immer groß geschrieben. Satzanfang ohnehin groß geschrieben. Don't Apostroph. Das T steht alleine. I don't like. Meinen Apfel. My. M-Y. Apple. Und hier haben wir die Endung L-E. I don't like my Apple. So. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Satz. Wir mögen keine Hausaufgaben. Wir mögen keine Hausaufgaben. Hausaufgaben. Wir mögen keine Hausaufgaben. Wir mögen Peine. Aufpassen, dass du hier ein vernünftiges e schreibst. Wir mögen die Verbindung zum e. We don't like. like, we don't like. So und jetzt Hausaufgaben hatte ich diktiert und das Wort Hausaufgaben gibt es nicht im Plural. Ah, we don't like homework. Full stop. Wenn du jetzt the homework geschrieben hast, kannst du auch machen. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen unbestimmter hier, bisschen genereller gesprochen. Okay, bitte gucken, dass alle Satzschlusszeichen da sind und dann schauen wir noch mal an. Also homework, kein s. Hier das t muss alleine stehen. Apple, die Endung. Naiv hatte ich diktiert, das k nicht vergessen. Apples, hier haben wir es auch noch mal im Plural stehen. Arend, don't und Germany, nicht German und das I immer groß geschrieben. Egal wo es im Satz steht. Okay, das war es auch schon für den Moment. Ich hoffe, dir hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht und natürlich auch ein bisschen was an Lernzuwachs gebracht. Ich würde mich freuen über den Daumen hoch in der Bewertung und natürlich auch darüber, wenn du mit deinen Eltern meinen Kanal abonnierst, damit ich auch mir weiterhin ganz ganz viele Themen für dich ausdenken kann. Okay, so far so good. Bye bye, your online coach.